Hallo, YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dragon's Dogma 2. Warum ist das so mutig? Ne? Klar, vielleicht war es das schon immer so. So, mich interessiert jetzt, kann man irgendwo die Uhrzeit sehen? Wenn ich Fotomodus mache, sieht man da die Uhrzeit? Nein, bestimmt nicht. Ja. Äh, ja. Weil ich will jetzt nicht den ganzen Tag hier stehen. Nachdem wir im letzten Part ja alle unsere Vasallen verloren haben, haben wir jetzt ein paar neue. Bitti. Jetzt hat die Texte zu bergen, Lani. Ja, das ist die Frage. Ja, das sehen wir irgendwo eine Uhrzeit. Und man sagen kann, okay, dass man so kurz vor Abend hier vorbeikommt. Weil wenn ich jetzt schlafen gehe bis zum Abend, ist er wieder weg. Und das nervt mich dann. Ja, setz du dich mal hin. Ich guck mal. Die Geschichte eines Bettlers. Bate im Bett ein Auge. Ja, wollen wir. Was sonst? Uhrzeit denn jetzt? Auch nicht über der Karte? Wäre eigentlich noch so schön, zu wissen, wann die Nacht hereinbricht. Capcom, bitte eine Uhr einbauen. Oder so, dass ich sie sehe. Okay. Warum? Hm? Hm. Okay. Gut zu wissen. So, ist er mal fertig da? Bogen müssen wir auch noch irgendwie besorgen. Ach komm, in der Zeit. Auf den Bogen. Rüstung. Master, a treasure chest. Komm, take a look. Ja. You'll be glad you did. Ja, komm. Abbrechen. Grimhauer. Schlecht als meiner, aber kostet... Ja, komm. Kaufen. Nein. Always a pleasure. Ja. Und jetzt... Moment, bevor ich mit dir rede, guck ich noch mal. Er ist noch da, okay. Dann können wir mit dir reden. Ja. 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 Ah, ich kann nicht in Pause Ich glaube, meine Einstellung hat sich geändert Ich meine, ich hätte dieses Blumen rausgemacht Nein Ich habe noch nie einen Elf gesehen Hm Okay Uh every elf undergoes this trial when they reach maturity until we succeed we are not considered to have come of age I've been training most diligently yet my skills nares seem to take shape indeed I fear my aim is only worsened with each new failing I grew so vexed with myself that I sought to learn a foreign form of archery rather master my own peoples ja ob ich da jetzt eine gute Lehrerin bin, ist eine andere Sache. Oh, okay. Ja, eben. Ja. 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 Okay, wenn ich jetzt sie ankucke... Ich gehe mal kurz im System schauen. Hat sich da Blum wieder eingestellt? Rieche Augen, Schmerzen. nein ist aus komisch was das ist weiß ich auch nicht okay ja ja gut dann warten wir noch ein bisschen vielleicht wird es ja nacht wo ich da nicht mehr dran glaube ich würde es schaffen hallo ok schade kann man sich irgendwo hinsetzen wir müssen warten das gefällt mir auch nicht aber wir müssen es tun oh man ist so gut gut gehen nach haus boo man crept up to the pillar upon which was entwined seeing his moment he unsheathed his blade and brought the pillar low in a thundering cascade the gloating serpent was caught by surprise ja gut ich glaube das müssen wir uns jetzt fünfmal anhören dennis abend und mit der wit as sharp as his sword was home did our hero put an end to the threat imposed and who was our hero why needless to say it was the father of house berkeley which lives on to this day bravo 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 gimme mal jetzt und 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 wenn ich nicht weiß, wann der Tag beendet ist und er fortgeht, müssen wir halt hier stehen bleiben. Weil ich will jede Quest mitnehmen. Tut mir leid. Oh, sag ja fünfmal. Oder muss ich mich irgendwo extra hinstellen? Sie kann nicht lange stehen. Jaa, komm jetzt. Aber du erzählst mal dasselbe. Das ist langweilig. Geh mal nach Hause. Gut. Bitte geh jetzt. Jaa, komm jetzt. Oh Mann. Naja, bis es die Quest hat sich verpackt, dadurch, dass ich ihm, glaube ich, Geld gegeben hatte und auf ihn aus Versehen in einem der letzten Parts geschossen habe, war die Quest verpackt. Er hat dann keine Geschichte erzählt, er hat immer nur Panik gekriegt. Hm, boom. Himmel sich reckte, die Wolken hoch oben, die Sicht schon verdeckte. So. Ich kann nicht ausmachen, wann es dunkel wird. Ich würde mich auch gerne hinsetzen. In the face of his valor, the gigantus did pale. But who among you can name the hero of our tale? T'was none other than Lord Rosamond, who needless to say, was the father of House Birkenny, which lives on to this day. Hört er jetzt auf? Oh, er hört auf. Du, 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 du. Vorhin verdienen. Okay. Oh, ich habe immer noch keinen Blumenstrauß. Das macht besser. So. Freut mich. Wo ist er? Ja. Mach mal. Wieso? Ist schon wieder was passiert? Ich habe jetzt keine Zeit. Was ist los? Ich habe ihn vorher gesehen und sagte, dass er besser wäre mit ein bisschen Medizin. Aber seitdem er hier kam, er hat nur noch schlimmer. Ich verstehe wie du fühlst. Aber du musst sehen, dass deine Gesundheit weitergeht. Ich verstehe. 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 Ist er denn saufen gegangen? Oh, er ist da. Wo ist er jetzt? Ach, da steht er noch. Okay. Ich habe ihn nicht erkannt. So, schauen wir mal, was los ist mit ihm. Er hat so komische Haare, vielleicht wird er ja zum Wehrwolf. Oder so. So, wie lange du bleibst, dass du da still und säufst? Trink mal schnell da. Sag nicht die andere Bluester. Juno heißt er. Okay, ich dachte, dir wäre vielleicht im Wasser gefallen. Bei meinem Glück. So, komm schon. Trink dein Bier. Geh nach Hause. Oder versteck dich irgendwo. Aber da müssen wir dann nachher auch noch hin. Ich gehe noch ein Stückchen so. Schlusswetter heute. Und so und so. Was spielt ihr denn gerade für Spiele? Wenn ihr welche spielt. Oder seid ihr keine... Wie soll man sagen? Gamer. Oder schaut ihr lieber zu? Na komm. Kann der jetzt mal hoch... Etwas machen. Steht immer noch da. Ja. Also die Quest ist ziemlich zäh, glaube ich. Da werden auch wieder einige meckern. Das ist so eine Gedulds-Quest. Dann komm hier hin. Und bleib mich da stehen. Juno ist noch da. Bloß auch noch da. Genau. Bleib da. Oh komm. Hast du nicht genug getrunken? Alles, was er verdient hat, trinkt er sich jetzt mit oder was? Oh, das ist aber... Man soll ihn ja verfolgen. Äh... Wer hat den Bettler im Auge? Äh... Details. Den Bettler, wie er seinen Alltag verbringt, versucht herauszufinden, wie er sein Geld verdient. So, machen wir ja. Okay, ich bin auch kein Geduldsmensch. Es geht eigentlich. Ich weiß ja, ob ich da, ob ich mich da hinstellen soll, aber ich glaube nicht. Gibt es irgendeinen Punkt, wo ich dann... Es gibt ja manchmal so... Manche Spiele muss man irgendwo hin, dann triggert man etwas. So wie gerade das mit diesen Bestien und der Nonne. Wird etwas getriggert. Ah, es wird dunkel. Das heißt, er geht bestimmt jetzt gleich schlafen und gucken, wo er... Oder... Wie auch immer. Ach komm. Ja, das dauert noch ein Weilchen. Ja, geh mal heim. Geht alle heim. Schlafen. Geht er jetzt? Beweg dich. Kann ich hier eine Stunde jetzt stehen? in Echtzeit. Es wird dunkler. Und dunkler. Na komm jetzt aber. Hast du nicht genug jetzt? Tja, das kenne ich. Man braucht Urlaub vom Urlaub. Zunderski. Ja, das ist das. Das ist das. Dessert, er hat die Pläne. Ich werde mich auch nicht mehr in und übernommen. Wenn du auch es reingert. Für mich auch nicht interessierst. Sögerst du nicht. Passt行 noch nicht! Also bin ich hier. Ja, ich gehe. Ich komme. Keine Melodie. Geht hier raus? Na toll, und jetzt? Jetzt muss ich warten, oder wie? Du sollst nicht da hoch. Ich wollte, dass du da... Das ist auch auffällig. Ja, das ist eigentlich gewesen. So. Zu mir. Halt. Nein, zu mir. Kommt hier. Hier, und dann... Halt. Guck mal da irgendwo rein. Guck mal da irgendwo rein. Gibt es eine Leiter? Kann ich da hoch springen? Da liegt was. Nein, kann ich nicht. Ich habe Angst, wenn ich weggehe, dass er rauskommt. Immer hier. Gibt es hier eine Leiter? Jetzt, wo ich eine Leiter brauche, finde ich keine Leiter. Guten Abend. So. So. Ist eine Leiter nach unten? Ich brauche eine Leiter nach oben. Hm. Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir. Freundin. Ich kann mich nicht da festhalten. Ich bin mir. 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 Es ist zu. Ich bin mir. sehr schütze ich ihn auf. Okay, ich bleibe hier oben. Warte, hoch komme ich nicht, ne? Nein. Okay, bleiben wir hier. Mal überlegen, ob ich einen Cut mache und wenn der dann rauskommt. Weiterlaufen lasse. Das ist ja langweilig für euch, wenn wir hier die ganzen... Wenn was passiert, starte ich das Spiel. Äh, starte ich die Aufnahme. Leonora schläft im Stehen ein. Apropos, wo ist unser Haus? Ich hab's schon wieder vergessen. Weil rein kann ich ja nicht gehen, oder? Ich soll ihn weiter beobachten. Gut, wisst du was? Ich warte alleine. Und schau mir den Himmel so lange an. Ich mach' einen Cut. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Geschichte. Geschichte 1, du hast das besser gefunden. Mist, der ist abgehauen. Ich hab' vorher gespeichert. Ich hab' vorher gespeichert. Wie machen wir das denn jetzt? Ich, ich, äh... suchst du noch Titel ohne zu speichern. Ich hab' ne Tür gehört, aber ich war zu langsam. Weil ich irritiert war, dass auf einmal der Opa davor steht. Und mich angeguckt hat. Ich dachte, der will was von mir. Toll. Das hat gespeichert, wo ich hier reingegangen bin. Aber das ist blöd. Kann man nicht... Wie ist das? Das kann man nicht, ne? Ohne zu speichern. Ja. Krieg ich mal nicht die Speicherpunkte, äh... gezeigt? Also, was ich sagen kann, ich will von dem Speicherpunkt aus. Vom letzten Gasthaus bestimmt nicht, ja. Okay. Dann, äh... Okay. Okay. Gibt das Bettlergewand jemanden, der sich dafür interessieren könnte? Was soll sich denn dafür interessieren? Kommen die mal raus. Ich hab' ihn leider verpasst. Ja, ich fahr' auch gerade überlegen. Wem soll ich denn die, die, die geben? Ich hab' ein bisschen interessiertes Tidings über die Stadt. Ah, ja? Okay. Wir haben jetzt zwei Punkte hier auf der Karte. Einmal Baldwins Anwesen im Adelsviertel. Und einmal Walters Taverne. Können wir mal gucken, was damit auf sich hat. Wenn ich das dann mal im Wegpunkt setzen dürfte. Ah, jetzt ist auch Nacht. Wegpunkt hab' ich ja hier so, da, so. Ach, da geht's nicht weiter. Äh, hier. Ich lauf' falsch, ne? Merkt ihr wieder? Ja, aber völlig falsch. Sowas von falsch. Hier. Treppe runter. Treppe runter. Um die Kurve. Ich glaub' hier entlang. Oder? Hier entlang. Dann sind wir schon hier. Deine Blumen, Mädel. Ich weiß. Ich weiß. Ja, mach doch. Hallo. Hi, Sir. Was ich für dich tun kann. Weiß nicht. Äh. Die Liefung abbrechen, ja? Ist es ein Problem, Sir? Nö. Warum soll ich denen das geben? Well met, this here is the sanctuary of Tiplers. I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Äh. Schon gut. I thought you might like this, so I picked it up. Here you go. Danke, danke. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Ich mach' nur mal zwei, weil wir müssen später noch mal hier hin. Ansonsten verliere ich den Weg. Ihr kennt mich. Was hat das auch mit ihm auf sich? Ja, wir müssen halt später noch mal hier hin, weil irgendwas haben getriggert. Nein, ich hab' keine Zeit. Du siehst doch, ich bin am Rennen. Ähm. Ich hab' nur noch mal hier hin. Äh. Äh. Wo sind wir denn? Wieso sieht man sich gar nicht mehr, wo man gerade ist? Ach da. Wir müssen rechts. Hier? Nein, falsche Richtung. Hier irgendwo. Ist das schon gewesen? Grüßen. Hallo. Wie könnte ich das auch geben? Aber warum soll ich das Ding geben? Nein. Ja. Okay. Hey. Hey. Was willst du denn? Nichts. Ihn damit konfrontieren könnten wir. Was? Woher hast du das? Ja. Nein. Nichts. Hör. Was du herausfinden hast, was du denkst, was du wissen willst, schau. Schau. Es sprich nicht zu niemandem. Okay. Er ist ein reicher Schnösel, der sich als Bettler ausgibt. Aber warum? Das war's? Können wir gehen? Gut. Nee, nicht der Magistrat. Wir gehen jetzt noch mal ins. Armenviertel. Weil da war was mit der... Bist-Jugend. Vielleicht können wir da auch helfen. Vielleicht brauchen die Medizin oder so. Nein, keine Leiter hier. Wir haben es auch eine gute Use. Ich weiß. Ich weiß, ihr Lieben, aber das hat jetzt keinen Vorwand. Ich möchte gerne... Ich möchte gerne... Huch. Ich bin falsch abgebogen. Ach, hier ist wieder sein Haus. Warum nicht denn zu seinem Haus? Vielleicht können wir helfen. Ich weiß, mein Kind, du hast Blumen. Aber... Okay, aber jetzt ist keiner da. Nein, ich... Von wem habe ich jetzt 150 Gold gekriegt? Ich bin nicht so, dass ich hier nicht so hatte. Oh, Entschuldigung. Du bist nicht eine Patientin, oder? Es ist ein Verzahnung. Mein Name ist Elinor. Ich habe das Privilege zu servieren als abbess hier. Okay. Ich verglebe, dass ich nicht ein Bierchen kann, aber ich bin gerade in der Sprechung zu machen. Ich bin nicht so, dass ich hier bei dir eine Abessinale beteine. Ich kann es euch bringen. Ich kann es euch bringen. Habe ich vielleicht sowas? Toxine. Ja. Okay, ich besorgs euch draußen. Okay. 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 So. Hallo. Sehr schön. Und du? Du bist sehr leise. Hi, wie geht's dir? Ach ja? Ist das der Sohn? Ich glaube ja, ne? Wir müssen Toxine besorgen. Soll ich jetzt mal unten die Tür auf? Ich war jetzt erschrocken. Die Tür so. Ach, das ist der Sohn. Das ist für dich, Master. Oh, jemand, hilf mir. Johan? Bruno? Bruno? Where have you gone? Okay. Okay. Das ist doch kein Monster. Alles Einbildung. Cobalt Horn. Brauchen wir nicht. Ich. So. Gut, ihr Lieben. Ja. Das heißt, wir gehen raus aus der Stadt. Jetzt ist die Frage, wo ist unsere Wohnung? Haha. Also gut, zu wissen, dass hier nicht so was lauert, was ich gedacht habe. Was ist das? Okay, wir brauchen Zeugs. Oh, das dreht mich wieder. Oh, hab ich mich erschrocken. Ist wieder irgendwo ein blub blub. Ah, ich bin überlegen. Wo war das denn mit dem Eingang, mit dem Gefängnis? Ob wir das auch noch in dem Thema haben, wenn wir schon hier sind. Was ist hier irgendwo? Hallo. Was macht ihr hier? Ich müsste da hoch, aber ich weiß nicht wie. Ja. Das war glaube ich auch nicht hier. Das war glaube ich. Ich weiß nicht. Hier war doch irgendwo ein Eingang. Nee, das machen wir später. Ja, da oben. Aber wie bin ich denn da hingekommen? Hä? Kann mir das alle verraten? Hab ich gesagt, nee, da gehen wir später rein. Von wegen Kerker. Ja, mir bin ich nicht reingekommen. Was du sagst. Äh, da kann ich die lange ausmachen? Oh, das war dunkel. Oh Gott, nein. Äh, Aufträge. Ja, machen wir. Wollen wir schon finden. Welches wird hier gekämpft? Bestimmt. Welches wird hier gekämpft? Bestimmt. Da kommen wir. Ich weiß nicht, ob wir Probleme kriegen, wenn wir ähm... Gesehen werden. Ich foute dich, okay... was du schnellst? Naar und vielleicht nicht? Du hast keinen Regulator. Ich konnte nicht einfach das Thema versammeln. Herr! Können Sie mir das cover anführen? Auf geht's. Ich fühle mich noch? Kann ich gut! Ja, mein Dich. Wo sind meine Elfer, wenn ich sie brauche? Hilfe! 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 Schloss, Fernrück, Gefängnisturm Falls du dubiöse in den Städten auf den Schloss gründen oder an anderen Orten, an denen die Ordnung durchgesetzt wird, begehst, findest du dich eventuell von der Wache umstellt. wieder woraufhin du festgenommen und in den Kerker geworfen wirst. Es gibt mehrere Wege zu fliehen, doch mit dem Wärter zu gehen ist ein guter Anfang. Ach ja, Skyrim lässt grüßen. Wenn du zu gehen willst, zeig uns deine Sincerität. Sehr gut. Die Hälfte meines Geldes gegeben. Es gibt Orte, die vollkommen tabu sind und andere, zu denen dir nur zu bestimmten Tageszeiten Zutritt gewährt wird. Wenn dich zum Beispiel eine Wache nachts auf dem Palastgelände erwischt, wirst du wegen unbefugten Betretens festgenommen und in den Kerker geworfen. Es gibt auch gewisse Orte, zu denen, was dann allgemein keinen Zutritt haben. Ach, deswegen konnten sie mir nicht helfen. Maskenbälle werden regelmäßig im Maskensaal von Schloss Wernwurf abgehalten. Wir können dir eine Möglichkeit bieten, Bekanntschaft mit wichtigen Personen zu schließen. Maskenbälle sind allerdings formell. Anders und dir wird die Teilnahme nur gestattet, wenn du passend gekleidet bist. Da haben wir ja schon Klamotten für gekriegt. Hier ist eine Leiter. Verdammt. Das ist eine Leiter. Und vor... Wicht, vielleicht nicht sein so schnell. Um, ja. Okay. Vielen Dank für die ganzen Infos. Jetzt muss ich nochmal gucken. Oh, Aufträger. Äh, Details. Äh, ein Verbindeter, blablabla, könnte sich als solcher erweisen. Der Magistrat hat mit dem Kerl festgehalten. Benutze den Schüssel, den du von Hauptmann Brand erhalten hast. Einen Besucher abzustatten. Jetzt ist natürlich die Frage, muss ich mich dafür umziehen? Und auf den Maskenball gehen? Oh, danke. Oh, danke. Können wir, ähm, Nachfragen? Irgendwie, ob wir, wo ist denn das Gefängnis jetzt? Schloss. Ich bin hier. Da ist der Kerker. Wie soll ich das denn sonst machen? Was ist das jetzt? Gute Frage. So, ihr Lieben, ich würde aber sagen, wir suchen mal unser Haus. Ja, wo wohnen wir denn? Ähm, Shakis Gaststätte? Nein. Das Wachhaus? Nein. Haus des Hauptmanns? Tonsens Anwesen? Wird uns das nicht angezeigt? Ah, da wahrscheinlich. Ja, das ist unsers. Okay, jetzt setzen wir wieder an den Zielpunkt hin. Das ist immer Bescheid. Wir gehen nach Hause. Wir müssen uns ausruhen. Da muss ich mir überlegen. Dann müssen wir uns überlegen. Hier wird das am besten machen. Ich lauf falsch. Ist hier unser Haus? Jo, hier ist unser Haus. Okay. Dann, äh, Untersuchung und Einlagern. Ein Granulat mit beachtigem medizinisch. Mit einem erstaunlichen Mengen an gesunder Ast. So, das wollte ich ja behalten. Ähm, dazu bestellen, behalten wir das, behalten wir. Das gebe ich gleich mal ihr. Das soll sie lernen. Okay. Äh, gründlicher Schleim. Ein Brief an den Hauptmann der Wache. Achso. Brauche ich das jetzt noch? Ich weiß es gar nicht. Schütze wird selten im Land der Elben zu finden. Das kann man verkaufen. Fußsoldatenhelm. Standardausrüstung für Wachen und Wächter. Unscheinbar, aber funktionell. Stimmt, wir haben Rüstung gefunden. Tunika tun wir erstmal rein. Das brauchen wir, wenn wir, ähm. Badmondshose. Okay. Okay, war wir da? Ne, da ist nichts drin. Okay. Ich weiß, was wir tun. Okay. Okay. Ich hab' ne Idee. Hab' ich nicht eingelagert? Ach man. Doch. Die Sachen will ich verkaufen. Ähm, die Maske können wir auch erstmal einlagern. Wir werden als Fußsoldat in den Kerker reingehen. Puh. Ja. Komm, noch was kombinieren. Ich brauche irgendwas. Das kann man mit dem Fisch machen. Trockenfisch. Mächtiger. Okay. Okay. Okay, und das ist jetzt alles in meinem Inventar, ne? Ich brauche nicht so viel. Medikament, das Überschüsse. Was? Das ist auch was zum Verkaufen. Verbrechen. So. Dann gehen wir mal ins Inventar kurz. Und dann das geben an Leonora. Das geben an Leonora. So. Dann. Leonora. Verleiht einem Vasallen die Spezialisierung Logistika. Kann sie nicht. Reicht. Ein Vasallen. Vielleicht ist sie noch nicht bereit dafür. Na gut, dann geht es zurück. Und ich lager es ein. Brauchen wir es auch nicht mit rumschlecken. Vielleicht geht das nicht. Ich habe damit noch keine Ahnung. Ich schlafe noch nicht mit rumschlecken. Ich schlafe eine Runde. Bis zum Morgen. Ja, wir müssen. Ah, ich muss was trinken. Natürlich müssen wir was. Das ist gut. Dein Vasalle ist von jenseits des Drifts zurückgekehrt. Okay. Oh, zwei Gegner besiegt. Oh, super. Ich begleitete diesen Erwecken nur für kurze Zeit. Der Erweckte schien meine Ausrüstung gerne zu ändern. Ich strebe an, die Erfahrung auf unsere Reise anzuwenden. Wie erwarte deine Ausrüstung ändern? Okay. Nehme gerne alles an. Katrin. Anton und Ivi. Vielen, vielen Dank. Ins Lager. Kann man nicht. Okay. Ja. Äh, nein. Das freut mich, meine Liebe. So. Ich bin dafür im nächsten Part. Versuchen wir das mal mit der Rüstung. Deswegen sage ich jetzt danke fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks immer. Würde mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part. Geben wir den Kerker. Bis dahin. Adios. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020